Die größte deutsche Drogeriekette, Schlecker, ist insolvent. Schlecker betreibt in Österreich etwa 970 Filialen mit über 3000 Mitarbeitern. Diese sollen vom Insolvenzverfahren nicht betroffen sein. Die Bezirksleitung Vorarlberg war auf voller T-Anfrage nicht zu einem Statement bereit und verwies auf die Schlecker Zentrale, die ebenfalls nicht zu einem Statement bereit war. Die Filialleitung der Filiale in Wolfhurt ist nicht zu sprechen und die Mitarbeiter haben von der Zentrale aus quasi einen Maulkorb verpasst bekommen und dürfen den Medien gegenüber auch nichts sagen.